Was halte und dann um Creature Kinder aufzuladen. Wozu brauchen wir gerade die Creature Kinder? Warum sagt er das? Ist das wieder wegen Bean Hives und sie... Ja, wegen Bean Hives. Einmal so. Und ich bin... Oh, ich hab nicht getroffen. Okay. So. Und dann brauchen wir gleich ihn von dem Block. Das sieht man doch schon. Von ihm. So. Und jetzt brauchen wir Gas. Ist ja wirklich Triebarbeit hier. So. Ah, wir können immer nur zwei zur Zeit. Na, das war's, ja. Soll man näher ran. Dann haben wir hier... Das war nicht gut. Oh Gott. Äh, okay. Gut, dass wir reagieren können. Ich weiß nicht, woher wir Musik haben. Ach, da hinten sind welche. Okay. Wie kommen wir da hoch? Wieso kommen wir da hoch? Hi, wir sind hier. Ähm, ihr seid du? Wurden schon gedötet? Von diesen Spröchen? Siehst du, jetzt sagt er das schon wieder. Weil wir es kurz mal nicht mehr benutzt haben. Wir müssen es öfters benutzen. Wo geht's denn hier lang? Ach, da. So, Gas. Komm einmal raus. Uh. Können wir doch direkt versuchen, da oben ran zu kommen. Wir haben ja... Das da unterbrachten wir gar nicht. Hiiii. Gehen wir einmal hier hoch. Oh, die haben auch ne Warface. Na komm. Ihr müsst auch leiden. Es darf keine Überlebenden geben. Hey, meistens sollte es eigentlich einen geben, wegen... Einer muss die Geschichte erzählen, aber... Keine Überlebenden. Da ein Diamant. Hi. Wir sollten uns nochmal einen Namen ausdenken. Creature kann ich Creature heißen. Das ist voll traurig. Das ist richtig, du brauchst old Kenny. Echt? Brauch ich dich. Okay, Creature kann uns hier reinbringen, aber... Kann ich jetzt von ihr aus da reinschießen? Ja, kann ich. Das ist echt praktisch. Was ist, dass da einer von den Brüdern ist hier? Einfach so, ohne Arina? Und haut der ab, will der überhaupt kämpfen? Ich bin mir unsicher, ob er versucht, zu kämpfen. Der Blob! Die habt ihr mich verloren. Ich bin ziemlich laut und ich bin ziemlich offensichtlich. Und ich treffe nicht alles. Ich muss mal da hochgehen. Ich kann Besuch töten. Echt mal, Kenny und wir haben ganz schön viel gemeinsam, ne? Deren Heimatplanet wurde angegriffen, unserer auch. Die müssen leiden, wir müssen leiden. Wir werden als Drogen benutzt, die werden als Waffe benutzt. Ich mach' ja schon. Kommen wir jetzt hier rein, oder müssen wir erstmal noch die anderen töten? Wir müssen erstmal noch die anderen töten. Das heißt, nochmal auf die andere Seite gehen. Hallo, wir sind wieder da. Wollen wir mehr Chaos verursachen? Tako Bell, ha? Einen richtig guten Tako hätte ich jetzt auch gerne. Jetzt sind sie alle tot. So, ich würde gerne runter. Wird hier irgendwo Menschen zum Retten? Ich glaube nicht. Wie sind die einmal? Nein. Nein. Okay. Gruselig. Ich hätte trotzdem lieber Kenny. Tut mir leid. Da hast du so gute Sprüche immer zum Klopfen. Aus dem Haster ist, wenn wir versuchen, Menschen zu erschießen. Ich glaube, wie ich habe andere Waffen auslassen würde. Müssen wir in der Stadt mal ausprobieren. Das ist dieselbe Person die ganze Zeit. Copy-pasted. Wollen wir wieder zum Paaren gezwungen? Ja, ich kann mir gut vorstellen... Wenn sie versuchen, das aus Fortverletzungszwecken zu machen, ist das sowieso keine gute Idee. Wenn sie es nur aus Probezwecken zum Entdecken... Geht dann gehen. Mit dir mit. So, was ist denn mit dem? Was? Das sind deine... Was? Oh. Das ist doch ein guter Vater. Kann er deine Kinder auch mitnehmen? Ey, wir haben ihm die Kinder gar nicht mitgegeben. Die liebt er doch. Seine Babys. Oh. Die Babys. Die Babys hätten wir mitsenden müssen. Das geht gar nicht. Können wir hier rein? Nö. Können wir hier raus? Sollten wir hier nicht rein? Ich dachte, wir sollten hier rein. Wir sollen hier rein. Okay. 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 Das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist das gut für dich? Warum steht da gerettet, der Mensch 1? Wir haben doch eben auch gerade schon zwei wegpedipetiert. Aber hey. Äh, ja. Was auch immer gut für ihn ist. So. Ähm. Du schick mal dein Kind da rein, bitte. Wir brauchen Hilfe. Hat das nicht gereicht? Hm? Wieso hat das nicht funktioniert? Oh. Falscher Charakter. Was hat das Kind denn gemacht? Weiß es nicht, was es tun soll? Sollst du da hinten hingehen? Weißt du nicht, was du machen sollst? Wie sollen wir das dann regeln? Oh. Okay. Hier können wir da auch einen reinschicken. Der weiß direkt, wo er hingehen soll. Sehr gut. Okay. Perfekt. Der weiß, was er tun soll. Danke. Das andere war... Ich weiß nicht, wofür das andere war. Ich mag am liebsten Candy benutzen. Ähm. Hier wieder. Das ist aber zu. Ach, weil hier unten noch Gegner sind. Deswegen. So ist Candy. Okay. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich oben lang, weil die Tür da abgeschlossen ist. Ah, wir müssen das timen. Okay. Yep. Got it. Okay. Also einmal das, bitte. Und dann einmal dein Kind reinschießen. Fuck you! Was ist da denn drin? Achso, das war der Typ. Ich meine, wir können aufhören, wenn du aufgibst. Ansonsten, na-ah. Ähm. Hinterher? Ach, hinterher. Das ist der erste Typ, der die ganze Abhaut von uns. Ich bin überrascht. Der will einfach nicht kämpfen. Ich bin hier nicht erlassen, aber der macht diese Sachen. Können wir direkt hinterher, oder müssen wir alle umbringen? Alle umbringen. Das war's aber, oder? Ja. Jetzt können wir hinterher. Na, wartest du auf uns? Hi. Ja. Du bist weggelaufen. Na, dann haut doch nicht dauernd an von uns. Ah, er hat sogar die Gangster-Kette um. Uh, der Böse. Angela ist das diesmal. Nicht Jonathan. Was ist das, hm? Ja. Huh? Mit dem hab ich jetzt nicht gerechnet. Ah, einmal aufschlifzen. Hier liegen schon mal die armen Puffels hier rum. Huh? Können wir nicht mehr Kinder schicken auf ihn? Ich darf die Kinder sollen angreifen. Ich glaube, das ist der erste Kampf, bei dem wir richtig ein Problem haben. Denn, ah, ich merk das gerade. Nicht nachladen. Die drei Schüsse sind echt schlimm bei ihm. Er hat auch irgendwas auf uns zu spucken. Das ist eklig. Huh? Oh no. Oh, wir haben ihn tatsächlich. Du lebst immer noch. Er hat auch auf und abgehauen. Das ist schlimm. Ah, dann hauen sie ab. Hier. Ja. Hä? Was? Was war kreativ? Ich bin doch nur durch die Tür gegangen. Mein Gott, diese Gegend war so anstrengend diesmal. Ja, wir müssen... Oh, ich, ähm, ich, ich lieb dich ab, denke ich. Was? Okay. Äh, wie schicken wir hier... ...ein Viech rein, damit es helfen kann? Wo ist der Weg dafür? Sieht ja raunvoll aus. Ich hab mir das nie angeguckt, nachdem wir das gelootet haben. Äh. Wo bist du? Müssen wir das überhaupt auch machen? Eigentlich ja, ne? Ansonsten... Ansonsten kommen wir hier nicht weg. Die Frage ist, wo? Hey, wie geht's? Ah. Ah, okay. Okay, okay, ich verstehe. Wir müssen das irgendwie... Es muss da durch, aber gleichzeitig auch da drin landen. Wie wir das machen, weiß ich nicht. Wir kommen jetzt auch da näher, glaube ich. Ich konnte am Ende nichts mehr sehen. Das kam nicht mal mal rein. Okay. Ähm. Wir müssen uns da oben rausstellen dafür. Ich hätte gerne aufgehört zu fliegen. Das macht's ja automatisch, wenn wir den Hülsenpunkt erreicht haben, was uns nervt. So. Nein. No. Das hätte klappen sollen. Moment. Ah, der hat das schon geregelt. Welcher hat das denn gemacht? Welcher von seinen Babys hat das in den Bomben? Ich bin verstört. So, mal ganz kurz. Das brauchen wir nämlich gleich. Wir müssen da rüber. Können wir schon mal von Gastes schicken? Ja, das hält auch schon mal. Perfekt. Ja, wir beide. Wie immer. Ist immer schön mit dir. So, einmal da hoch. Das aktivieren. Was aktiviert wurde damit? Ah, hier ist der Kampf. Mal wieder. Ja. Nein. Mona. Sind zwei davon Frauen? Hey, der ist ja wieder der Stier. Was ist denn mit ihm? Ja, ich benutze auch den Glock. Der ist ja voll schwach. Der ist ja gleich tot. Ähm, das war wirklich... Das war wirklich das Schlechteste von allen. Der ist ja direkt tot. Was? Der hat ja gar keinen Bock gehabt. Hup. Oh, okay. Oh, oh. Oh, oh. Ja, das war auch zu einfach. Hm, schönen Formationen mit den Brüdern. Okay, wie machen wir das jetzt? Ja, das ist richtig. Wir haben ein secretes Form. Mal sehen, wir versuchen, uns alle drei von uns anzunehmen. Äh, du weißt, wenn wir uns verbunden sind. Fuck, ja, was auch immer. Wir haben es herausgefunden. Okay, das kann ein bisschen komplizierter werden, als ich dachte. Okay, das kann ein bisschen komplizierter werden, als ich dachte. Oh, der hat sich jetzt sagen, einer von denen ist schon tot. Sehr gut. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Wir müssen mal in die Nähe rein. Wenn wir reingehen, ist, glaube ich, so schlimm. Oh Gott, ich weiß es nicht. Wir sind fast tot. Wir müssen das aber kurz machen, damit wir unser Leben aufholen können. Verdammt. Äh, ich wollte mein Leben aufholen. Wo ist die Frau? Ich brauch die. Wir sind fast tot. Wir haben noch nichts zusammen. Kann er bitte sein Leben aufholen? Oh, Gott sei Dank. Wir holen Leben auf. Das war knapp. Hätte er uns in der Zeit getroffen, wären wir tot gewesen. Und er ist fast tot. Noch einen haben wir. Komm, noch einen. Komm, raus da. Uh, das war ein bisschen knapp. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt von allen drei die Leichen. Ja? Ja, drei. Alle drei. Und alle drei sind eins. Ach, hier ein Fest mal für dich. Alle drei. Und der nächste. Mh, nochmals Auge rein. Ah, lecker. Ganze Augen, Alter, kommt raus. Geflossen. Während man da reinpickst. Und der letzte. Mh, lecker. Oh, wirklich? Ich mein, drei ist auch ganz schön viel. Kein Wunder. Hä? Du da, Bounty Hunter. Hä? Hä? Ja, das ist richtig. Oh. Haben wir? Du hast versucht, unsere Menschen zu fressen. Und uns dann irgendwann auch. Oh mein Gott, sagt mich da Gene und Lizzie. Warte, er hat nicht Kenny. Also, eine der wichtigsten Menschen hat er nicht. Na, wir werden schneller hinbekommen als du. No problemo. Mh, mh. Wir werden es hinbekommen, ganz einfach. Aber, ich meine, er hat schon sofort den größten Fehler überhaupt begonnen. Er hat gesagt, er hat die zwei wichtigsten Menschen in unser Leben. Lizzie, ja gut, meinetwegen. Aber ich glaube, er ist ein Gene und Kenny. Das sind die wichtigsten Menschen in unserem Leben. Erst recht Kenny. Okay, er redet von Menschen. Moment, der hat es Menschen gesagt, wenn er zwei meint. Ist ja Gene dabei. Gene ist ein Alien. Er hätte Personen sagen sollen. Mh, mh. Denn Kenny wäre auch keine Person. Okay, schwierig. Ich will nach Hause zurück. Wir könnten da lang gehen, ne? Ich denke schon, dass wir hier lang gehen können. Nein, ich möchte Kenny wieder haben. Ah, Kenny. Guten Tag. Was geht ab? So, wir gehen einmal hier durch. Ah, wieso, was habe ich getan? Wieso kann man hier klettern? Ich bin verwirrt. Geh Sopyezvania. gu hell es heißt? Ich bin wieso. Ja. Ja, ich bin in vielen inileriem. Ich kann man hier durch den尾 Estamos aus. v